Hallo zusammen und willkommen zurück bei The Last Guardian und meinem verzweifelten Versuch irgendwie Trikot Nahrung da hoch zu bekommen. Jetzt wollen wir mal gucken ob ich irgendwie einen Plan finde wie ich die blöde fast 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 wie hochkriege also hier habe ich letztes Mal schon geschmissen wie Sau und nichts funktioniert. Ich kommh auch nur mit dem Fass. nicht hoch geklettert, ich hebt es auch nicht hoch. Boah, da wird der schwindelig vom... Ja! Okay, das hatten wir schon mal. Da hab ich es mir auch fast auf den Kopf geschmissen. Nein! Runter! Fass! Fass! Bis ich das Fass da draußen hab, ist Trico höchstwahrscheinlich verhungert. Vielleicht irgendwie da rüber? Na ja, es liegt ein bisschen höher. Oder nicht? Na komm. Oh! Boah, manchmal glaube ich es. Warte mal, kann ich vielleicht drüber springen? Wo bin ich da? Jetzt hätte ich... Moment, lasst mich mal gucken. Boah, das ist zu hoch alles. Warte mal, geh mal das Fass her. Kann ich da hochlatschen noch? Ja! Oh oh! Ach, ob ich das da jetzt rüber kriege? Wo fährt es hin? Naja, noch nicht runter. Ich wollte jetzt eigentlich da rüber springen. Eigentlich wollte ich. Hallo. Danke. Oh, jetzt. Hallo. Kann ich da anders hoch? Man möge mir verzeihen, dass schon wieder alles sich hier so dreht, aber mir ist auch schwindelig. Hey, wieso springst du wieder nicht? Das ist es, wenn du nicht genau da stehst. Jetzt habe ich Angst, dass ich das Fass wieder runterkeke. Ah, da würde ich bestimmt hochkommen, oder? Oder? Komm. Wo ich das gerade mal so schön halbwegs oben habe. Ähm, halbwegs oben ist gut. Puh. Komm ich, käme ich da hoch? Da komme ich noch hoch. Komm ich da auch hoch? Wow. Okay. Fass ist oben, bitte nicht mehr runterfallen lassen. Dann, hoffe ich mal, oh, komme ich da rüber? Ja, ne? So, jetzt gibt es was zu essen und dann hoffe ich, dass Triko mir da vorne die Karre hier reinzieht, weil der ist zu schwer, den schaffe ich nicht. noch da? Hapa, Hapa! Please! Na komm, ist genießbar. Ehrlich, ich drehe mich rum. guck weg. Na. Na komm. Was passt jetzt nicht? Ah, besser? Besser? Schön. Dann könnten wir jetzt vielleicht dazu übergehen, irgendwie hier mal mir zu helfen. Den habe ich letztes Mal da rüber geschoben. ja, geh hoch. Soll die Kette kommen. Und das Ding hier aufziehen könnte. Dann könnte Triko rein. Wenn ich ihn dazu kriege. die Kette kommen. Okay. Aha. Wir sind jetzt wieder etwas bei Kräften. Ich jetzt nicht mehr. Tja, dann gucken wir mal, wie es weiter geht. Wie es weiter geht. Wie es weiter geht. Ich würde dann mal ganz kurz auf dich drauf klettern müssen, damit ich noch ein bisschen was von oben sehe. Oh. Aber irgendwie ist hier was Speer entfernen. Ach du Deckenus, hier sind noch Speere. Oh oh. Okay, okay. Der, wann habe ich denn die übersehen? Wann habe ich denn die übersehen? So, und jetzt? Und jetzt sind wir hier. Super. Und ich sehe hier gar nichts. Lass mich mal runter. Oh. Was ist hier? Dunkel höchstwahrscheinlich. Oh Gott, ist das hier dunkel. Ah. Schöne Schande. Wenn ich jetzt. Hä? Was ist das? Moment. Ne, da bin ich wieder da, wo ich ich da wieder da, wo ich das fast geholt habe. Aber da. Wo ich da nicht raus so? wo ich da, wo ich da. kommst du hier rüber? du würdest hier rüber kommen ich jonglier ja wenn wir mal zusammen hier rein, hier ist so dunkel hier geht es immer nach unten aber warte mal hier geht es aber auch irgendwo weiter oder? aber was war das jetzt? wo bin ich jetzt wieder? wo geht es hier hin? ist das stockfinster hier wird es hell morgen wird es hier hell ach dann kann ich in die richtung noch? nein die richtung ist auf jeden fall mal nichts in die richtung geht da noch was weiter? ne da ist nichts hier ist nur nacht ansonsten nichts vom trikot der ruft da geht auch nichts das ist das ist das ist das ist das ist Das geht nicht so weiter. Bring mich hier raus, bring mich hier raus. Oh, Frischluft. Aber, ein fettes Tor. Egal. Soll ich mal vorgucken? Okay, ich kann mal vorgucken. Na komm, lass mich mal runter. Gibt es hier irgendeine Möglichkeit für mich das Tor zu öffnen? Nein, es gibt keine Möglichkeit für mich das Tor zu öffnen. Lass mich doch ehrlich waren. Okay. Ich glaube... So doof ich bin, fall ich da nochmal runter? Nein. Da geht aber mal gar nichts. Oh. Also? Hast du das Tor aufmachen müssen? Na komm, Triko, mach mal ein Tor auf. Genau. Einfach mal mit der Nase dagegen oder Fuß oder was auch immer. Wow. Und wieso wurde das jetzt schwarz? Egal. Aussicht. Okay, ich geh mal wieder runter. Ah. Da hängt doch bestimmt wieder so ein Spiegelteil. Tja, was machen wir jetzt? Die Aussicht genießen? Die Aussicht genießen? Da hochklettern? Nicht wirklich irgendeinen Effekt. Boah. In der Gegend aussieht hier. Oh. Okay. Na, da gehst du nicht hin. Das weiß ich. Da werde ich alleine. Ich komme so nicht dahin. Das heißt wir müssen irgendwie weg machen. Freund, würde ich mal sagen. Gehen wir mal da rüber noch? Gehen wir schon was? Oh Mann, du guckst. Unfreundlich. Ich kann da... Kann ich da rüber? Ne. Bei Gott nicht. Deswegen sag ich mal. Ich komme hier aus. Und... Alleine... Ich habe im Moment keinen Plan ab. Das zeige ich Ihnen heute. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bei The Last Guardian. Bye. Bye.